Herzlich Willkommen im Hotel Post in Sargans, in der Region Heidiland in der Runde Schönen Wir sind ein familiengeführtes Hotel, gegründet 1968 und nun in dritter Generation. Wir sind ein 3 Sterne Superior Hotel mit 50 Zimmern und 97 Betten. Wir haben ein wunderschönes à la carte Restaurant, wo Sie diverse Spezialitäten wie Chateaubriand am Tisch flambiert oder auch heißen Stein geniessen können. Und nach dem gemütlichen Essen bei uns können Sie Ihren Tag oder Ihren Abend noch ausklingen lassen in unserer wunderschönen Hotelbar. Ausserdem bieten wir Bankett- und Seminarräume für unsere Gruppen sowie auch unsere Geschäftsgäste für bis zu 200 Personen an. Die Region Heidiland bietet verschiedenste Ausflugsmöglichkeiten, unter anderem unseren wunderschönen Wallensee oder unseren Hausberg, den Pizzol, welches ein wunderschönes Ski- und Wandergebiet ist. Herzlich Willkommen im Hotel Post in Sargans. Wir freuen uns darauf, Sie als Gast bei uns begrüssen zu dürfen. Die Region Heidiland Die Region Heidiland ác Familie Melwir